Ja, random einfach irgendwelche Leute anrufen. Das ist immer gut. Das ist auf jeden Fall gut. Schawupp! Die Stadt ist mein Revier und ich fahre so, wie ich das gerne hätte. So, S. Da rechts. Hallihallo! Alles klar. Muss ich dafür in die Filmstadt rein? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich fahre mal hier rein. Ja, dafür muss ich hier rein. Erstmal den Wagen kaputt gefahren. Aber wurscht, ist doch egal. Oh, falscher Eingang. Falscher Eingang! So, schon besser. Guck mal, edles Gebäude. Hallo. Komm in, komm in. Danke. Du musst mich Michael. Ja. Ja. Du kennst, ich hatte drei Sekretärer. Jetzt muss ich mein eigenes Koffe und mir selbst ein glückliches Ende. Ja. 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 Ich sagte, Marge, du cocksucker. Shoulder of Orion, 2. Devin Weston sagte, du war ein Fan. Huge Fan. Sag mir, Michael, Devin Weston, hat er... hat er dich, dass du mich aufhörst? Nein, nicht überhaupt. Er sagte, du war retiring, aber du brauchst ein paar Hilfe. Nur die Arschlösen retire, Michael. Er und mein Kind, sie wollen mich raus in den Passen, damit sie diese Stadt in einen Kondos, oder ein Thema Park, oder so. Aber dieses Ort ist eine Faktorin. Vielleicht haben sie verschiedene Räume. Ein paar Tage, ich will sie nicht. Sie wissen, sie sagen immer, never arbeiten mit Kindern oder Tiere. Ich will das auf diese Liste. Never arbeiten mit Direktors oder Actors. Diese Bildung wird mich verletzen. Okay, also, was ist das? Es ist perfekt. Set in Liberty City. Meltdown. Es wird alles auf der Green Screen geöffnet, direkt nach hinten. Wir schauen uns die Finanzkrisis, und dann wir es in eine wirklich simplistische Behandlung zwischen zwei Yuppies. Und viele Montage-Trennungen. Also, was ist das Problem? Milton McElroy. Ich habe ihn in der zweiten Liste, weil er günstig. Zero Talent, incidentlich. Well, er hat einen neuen Agenten, Rocco Pelosi. Er hat uns verletzt, um uns zu renegeten, den Deal zu verletzen. So, jetzt, er hältst, bis er bezahlt wird. Das klingt problematisch. Es würde sein, wenn der Direktor wollte, ihn zu filmen. Anton Baudelaire. Habt ihr von ihm gehört? Das hat mich nicht überrascht. Jetzt hat er einen mentalen Breakdown, er schützt sich über ihn, wer weiß, wo. Ja. Okay. Sieht so, wie du dir selbst diesen neuen Assistant hast. Aber keine glücklichen Endungen. Ich liebe dich bereits! Geht das überhaupt? Hallo? Ich drücke H. Okay, geht nicht. Ja, mit der Corvette ist das irgendwie ein bisschen komisch manchmal. Das reicht schon, danke. Wow, alter. Die macht aber ganz schön heftige Kurven. So, gib Stoffkollege hier. Oh. Hey, Solomon. Ich mache nur das Ding. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped. No, God, no. Is that an option? No, no, no. Bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told, it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there. And Pelosi is on the way to pick them up. He's taken them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears, there's someone from the studio coming, he'll get them out fast. Alright, I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. Moment, also nix ausknipsen. Einfach nur überreden, in Anführungsstrichen. Überreden mit großer Fäustekunst. Lassen wir die Fäuste sprechen. Uh, alles klar. Läuft bei mir. Okay, hier muss ich hin. Und da ist ein Heli. Der auf dem Dach landet. Gentlemen, how do you like this space? It's gonna be an EDM Paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now, give me a minute here. Just a minute. I gotta go grab something inside. Johnny, we nearly got the club. We're finally a go. Now, take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go. No, oh no! It's hard to tell with these mobsters. Ich hab keine... Ich hab keine Waffe mit Schalldämpfer. Fällt mir grade auf. Der Typ hat keine Waffe mit Schalldämpfer. So ne Kacke. Er hat also nur Fäuste. So. Da ist halt nichts, wo ich Deckung suchen könnte. Da ist halt nichts, wo ich Deckung suchen könnte. Wenn er versucht, dass er jährlich bezahlt, oder er gefragt hat, dann kommst du raus. Er versucht, mich mit X-Pillen zu bezahlen. Was werde ich mit einem Pfad von X-Pillen tun? Dieser Rocko-Ger. Ich dachte, mobsteren sind schrecklich. Dieser Mann ist auf der Realität-TV. Entschuldigung. Du kannst hier nicht sein. Du musst weg. Ist dem so? So. Nice. Ja, ich musste die ausschalten. Und da ich keine Schall gedämpfte Waffe hatte, mussten es halt die Fäuste sein. So. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hoch? So nicht. Und vor allem selbst wenn. Was würde es mir bringen, da auf die Wagen hochzukommen? Ich brauche irgendwo eine Leiter. Wo ist hier eine Leiter? Hier links vielleicht? So. Hier sieht es noch. Ah. Guck mal. Das ist doch schon eher mein Stil. Hier kommt man hoch. Und zwar ganz einfach. So muss das schon eher sein. So. Von dem Tank kommt man dann ganz einfach aufs Dach. Und auf diesem Dach. Kann man hier. Ah, da ist noch irgendjemand. Nein. Und du bleibst da. Okay. Du bleibst da drin. Oh. Du hast noch Kale chips? Nein. Wir haben nicht das. Hier bist du. Herr Richards hat mich überrascht. Der Club ist nicht öffert, Snowbird. Wer sagt das, jackass? Hey, du! Oh. Es ist ja, dass diese Leute in Liebe mit ihrem Kontrakt. Also werden sie zurück auf dem Set mit mir. Kannst du glauben, dieser verdammelige Klown? Nein! Dieser Mann ist all meine. Haha. In die Fresse. In die Fresse. Zack. Mit Leertaste kann man nämlich einfach ausweichen. Ich versuche zu stoppen, wenn du einen Koronärer hast. Wer stopp hier? Ich verprügel dir gerade den Hintern. Du hast mich noch kein einziges Mal getroffen. Zack. In die Fresse und nochmal nachtreten. So, zack. Peng. So, jetzt ist gut hier. Hast du es verstanden? Oh. Wir werden einen neuen Deal machen. Du verlagst meine Leute allein und ich werde dich nicht aus dieser Runde. Oh, ja. Okay? Natürlich, Mann. Natürlich. Okay. Wir kommen zurück. Oh, geil. Jetzt darf ich erstmal in den Helik. Oh, schick. So muss das sein. Schau. Schau. Du kannst ihn bullieren. Aber du kannst nicht bullieren Talon, buddy. Wir schießen nicht, bis ich einen neuen Deal bekomme. Du kannst nicht bullieren Talon? Sorge für außergewöhnliche Flugmanöver. Sorge für außergewöhnliche Flugmanöver. Oh, ja. Oh, ja. Okay. So, hört sich das schon eher an. Nice. Ein bisschen unter den Brücken durchfliegen, so easy going einfach mal. Ich denke, du hast eine Apolose zu Herrn Richards. Ich bin bezig? Nein, er sollte mich entspringen. Brutal, ehrlich zu sein, Mann. Du bist nicht so gut. Es fühlt sich in. Du bist glücklich, du bist überhaupt nicht. Du bist mir schuldig, oder? Ich bin ein Kunst, Mann. Du bist entspringen. Wenn du Solomon sehen, du sagst, sorry für die Verständnis, Herr. Und du wirst immer, immer, ich freue mich, die Möglichkeiten, die er dir gegeben hat. Jetzt. Wo bin ich das Ding? Wenn Devin Weston kam, zu einem Studio-Visit, benutzt er den empty Wasser-Tank. All right. Dann machen wir das gleiche. Setz ihn dort. Der Wasser-Tank ist ins Parkplatz. Setz ihn jetzt. Ah, ja. Wäre ich so oder so gelandet? Begib dich in Salomons Büro. So, und wehe. Solomons Büro. Komm schon. Schau. Ich fühle mich ein bisschen schmerzt. Wie würde ich den Mann kenne, gehe ein bisschen schmerzt, und kenne Salomon, von woher ich in einer Woche wende. Wie würde ich ihn sehen? Und wir fliegen wieder, wenn du sogar noch so sahst, dass du einen Piss-Test auf welchem Punkt auf dieser Runde fielst. So, also. Du gehst jetzt mit. Kann ja nicht wahr sein. Ja, ja, wir rufen ihn bald an. Nächster! Jetzt! Sofort! Und zwar ein bisschen schnelleren Tempo, damit das klar ist. Hi! Sofort! 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 Michael, was kann ich sagen? Du bist ein Naturall. Ich liebe dich. Du bist zu nett. Nein, nein. Ich meine das. Ich meine nicht. Aber es wäre okay, wenn ich dir ein Schmerz? Diese Schmerz sieht, für eine Art oder andere. Ich brauche einen Produzenten. Oh! Ich liebe das. Wir sprechen bald. Ich muss gehen. Oh, ja. Ja! Und gleichzeitig noch Fliegen verbessert. Wunderbar! Mr. Richards! Lautloser Killer. Null. Ach, komm schon. Und nur weil ich 13 Minuten... Ach, keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Okay, da hockt keiner drin. Hat keiner Bock drauf. Alles klar. Dann renne ich mal. Beziehungsweise... Ich renne weniger. Sondern ich stehe mehr. Und bei diesem Stehen... Mit dieser Pose... So ist schon besser. Wir sind stolz darauf. Bla 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 bla. Ja! Alter, halt dein Maul! Oh, komm mal! Blöde Schrulle, ey! Das kann ja nicht wahr sein, dass sie hier so... So. Ich wollte mich nämlich nur verabschieden für diese Aufnahme-Session. Ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Und... Hoffentlich sieht man sich in einer nächsten Folge von GTA 5. Wir hauen die Wand an. Und... Oder treten. Wie auch immer. Ciao! Servus Leute! Hier ist wieder der Boom Power. Und herzlich willkommen zurück zu... GTA 5! Und... Völlig... In der Nacht! Erstaunlich! Ich glaube, wir haben noch nie in der Nacht begonnen, oder? Äh... Ja, das ist schön. Dass du mich jedes Mal wieder aufs Neue hinweist, aber... Ach... Wie auch immer. Ja, ähm... Ich weiß gar nicht mehr, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ähm... Ja... Was... Moment, was ist das? Was ist das? Ein Triathlon? Wollen wir mal einen Triathlon machen? Komm, wir machen mal einen Triathlon. Einfach mal... Was anderes. Bin mal kurz hier runter mit dem... Ja, der Stuhl knatscht leider immer noch. So, einmal hier raus. Ah... Erstmal schön Kratzer reinmachen. Natürlich! Oh, Hallöchen! Wir könnten uns auch mit einem neuen Wagen ausstatten. Ich mein, sind wir mal ehrlich... Den, den wir jetzt haben, das ist so eine... Komische Kiste. Aber... Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl... Dann ist dieser Maserati... Unser. Gut, ist der Ocelot, aber... Bitte, das ist eindeutig eine Anspielung an... Maserati. Ist eindeutig eine Anspielung an Maserati. Hört euch mal den Sound an. Ich bin mal kurz still und ihr genießt. Alter! Der bricht aus. Ah... Das klingt einfach nur geil. Außerdem ist der auch richtig schön schnell. So muss das. Äh, genau zum heutigen Tag der Aufnahme ist übrigens das neue Update erschienen. Äh... Wo es letztendlich in GTA Online... So Trackmania mäßig zugeht. Das heißt, schöne Röhren. Einfach mal in die Höhe. Also schlussendlich implementiert Rockstar das... Was die Leute eh schon die ganze Zeit bauen. Finde ich aber ganz nett. Muss ich auf jeden Fall auch mal spielen. Habe ich noch nicht. Weil ich möchte erstmal mein Kopfgeld und mein VIP-Rang loswerden. Dann... Ja. So. Und dann auch noch hier diese Daily Challenges auf den öffentlichen Servern mal machen und so. So, und hier kann man jetzt aussteigen. Okay. Und hier im Triathlon, da meldet man sich dann an, oder wie? Ich wünsche, mehr Leute wären in den natürlichen Workout und Superfood. Oh, es ist Leben veränderbar. Oh... Ja, bitte. Ja... Genau neben allen anderen insekuren Leute in ihren 40 Jahren, hm? Was? Ich weiß nicht, ob ich meine Kinder ignorieren kann. Schwimme, radle und laufe an den Ziel. Wenn du L gedrückt hältst, erhöht sich dein Tempo und du verbrauchst aber mehr Kondition. Ich werde das wirklich gewinnen. Ich bin von Ego Chaser. Fällt deine Ausdauer unter die Hälfte, erhältst du je nach, je nach jedem Abschnitt des Rennen deine Ausdauer zurück. Wir sind erstmal ganz, ganz weit hinten. Naja, dadurch, dass wir natürlich jetzt nicht unbedingt hier die, äh, die beste Ausdauer haben. Äh, naja. Da werden wir höchstwahrscheinlich nicht die allerbesten Chancen haben. Beim Triathlon kommt es vor allem auf die Ausdauer an. Bewegst du dich zu schnell, äh, zu lange, zu schnell, wird dein Körper rasch müde. Beweg dich, du Depp! Überleg dir also genau, wie du dein Tempo, bla bla. Okay. Da vorne ist die Ziellinie. Geht's dann schon ans Laufen? Bitte was? Wir haben Michael DeSanta in der Lade. Oh. Okay. Okay. So, äh... Ja, wir sind bereits... Äh, wie jetzt? Hallo? Ach so, scheiße. Oh, Mann. Moment, wie war das? Ne, so nicht. Bleib stark! Jetzt nimmt der einen Clip auf. Ich hoffe, einen Clip aufzunehmen. Ich muss die Clips unbedingt dann wieder löschen. Ich weiß zwar nicht, warum der jetzt hier genau das dann macht, aber... Los geht's! Los geht's! Ja, jetzt bin ich natürlich den anderen voll hinten nach, weil ich erstmal mal wieder die Steuerung total verhauen hab. Verdammt nochmal! Komm mal, Michael! Da vorne ist die... Ah, da vorne ist das nächste. Genial! Wir müssen uns mal sehen, Meldowne! Ja! Gute Nacht! So, wir sind jetzt mal nicht ganz so rasch unterwegs. Wir teilen uns mal die Kraft noch ein bisschen ein. Wobei, wir können ja auch mal so ein bisschen vorlegen. Komm. Wir gönnen uns jetzt mal hart. Vielleicht reicht die Ausdauer ja sogar. Also, bislang war es ja eigentlich so, dass eigentlich immer... Es recht gut war. Ich denke mal, das wird auch ordentlich an Stärke beziehungsweise Ausdauer bringen. Ah ja, guck mal. Da vorne ist schon die Zielgerade. Komm schon. Michael, das hältst du durch. Jetzt noch schön kurz. Jaaaa! Nice! Gewonnen! Wir haben es geschafft. Ergebnis? Gold! Nice! Richtig gut. Sobald du einen Clip aufgenommen hast, halt... Ja, ja. Ich will ja den Clip nicht mal irgendwie verwenden oder so. Naja. Ein neues Triathlon-Rennen wurde freigeschalten. Okay. Jetzt aber zunächst einmal... Müssen wir oder will ich gern... Was haben wir denn da alles? Was haben wir denn da alles? Ah ja, da ist der nächste Triathlon. Ah, und hier gäbe es diese Seilbahn. Ah. Gut zu wissen. Okay, hier können wir mit... Mit unserem Kollegen... Na komm... Wie heißt er? Es gäbe sechs Sachen, die wir mit ihm erledigen können. Und sollten wir aber am besten mal echt auf ihn wechseln. Auf Frank... Franklin war es. Oh, guck mal. Er in seiner Luxusbude. Mann, bist du ernsthaft? Diese Scheiße ist großartig. Schön, dass du es magst. Wie ich dir gesagt habe, ist es dein. Bist du ernsthaft ernsthaft? Für die 5. Mal, ja. Aber ich muss gehen. Ich werde mit unserem kleinen Venture sein. Mann, gut zu sehen. Ja! Diese Scheiße. Woooo! Ja, vor allem hat er jetzt auch mal ne Garage.